Ich verstehe, was sie wollen, Alter. Freestyle, Alter. Motherfucker Freestyle, Alter. Gegeneinander. Jetzt Freestyle. Okay, Rodos, hang an. Okay, warte. Warte, warte, ich brauch den Weg, warte. Ey. Ey. Yeah. Okay. Yeah. Mein Name ist Christos und du fragst dich, wieso? So, ja, weil deine Chaya ist so und sie hat mich schon geblockt auf Insta. Ey, ich sprech mir nach. Ich sprech mir nach. Ich sprech mir nach. Mr.Besand, das tut. Denn Fox hat mich schon geblockt auf Insta, wenn sie weiß es nicht. Leute, halt mal alle die On zu, dann kommt das richtig crazy. Doch sie weiß es nicht. Sie hat schon meinen Blog gesehen, ja. Auf meiner Street hat sie mir schon eingegeben, eingebloht. Doch sie hat es nicht gesehen, weil ich Mr.Anderstud bin. Mr.Anderstud. Yeah, 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 yeah. Ich verstehe. Okay, die Dame ist drin. Okay. Benji Ewald war da. Aber Freestyle, Freestyle, ehrlich Freestyle. Sie müssen ehrlich Freestyle. Nix aufschreiben, ja? Ich guck auf jeden Fall mehr. Notizbuch da. Du sagst Mr.Anderstud, du kannst über nix. Was ist das für ein Beat? Mach den Beat ganz aus. Was? Willst du A Cappella machen oder was? Ja. Mhm. Also, du sagst, du bist Mr.Anderstud. Mhm. Doch du kannst von nix anderem reden. Mhm. Du wirst durchgereicht. Mhm. Als wärst du ein Joint. Mhm. Und dann bläst du jedem hier. Bläst du? Wie ein wahrer Freund. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Okay. Das war's? Wow. Heftig, Alter. War echt krass. Ja, war krass. War krass. Bleib lieber beim Psychiater, ja? Lass das einfach. Ja. Lass dich nicht unterklingen, Fox. Alles gut. Lass dich nicht unterklingen. Ey, ich hab ordentlich zugemacht. Mach so geil. Hm. Okay. Ich hab auch einen. Lass noch unreleased. Ja, ja. Ey. Ich rauch sehr viele Kippen. Du hast kleine Titten. Okay. Da hast du gelacht. War gut, ne? Mhm. Und keiner hier im Raum würde sie ficken. Oh. Ich würde, ich würde, ich würde. Ich würde, ich würde. Entspann dich, Barca. Ja, ja, ja. Du stehst doch darauf. Nein, ich würde. Also halt mal beim Blasen deine Augen auf. Und warte bis zum Schluss auf diese Ex plus ... Jon. Oh. Oh shit. Das ist ein wahrer Job. Du kleiner Hut. Oh shit. 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 Wer möchte sich jetzt in die Therapiestunde eintragen? Ich. 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 Ich möchte die andere Stunde. Du fertig bist mit den beiden. Also nicht Therapie, sondern eine private Stunde. Tone mit mir zusammen. Nein. Gehen sie ins Unicorn dafür. Wenn sie das Geld überhaupt dazu haben. Sie ist arm aus? Äh. 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 Ich persönlich nicht, aber ihr Kollege. So, ja. Der ist schon. Ja, ja. Der hat auch ein Trikot. Das hat er schon seit zwei Jahren. Und der andere hat überhaupt gar kein T-Shirt. Man ist es nicht kalt. Wir haben jetzt schon ein bisschen. Nach. Mit dieser. Nach. Mit dieser. Mit dieser. Mit dieser. Äh. Ganz. Ey. So sad. Es ist nicht immer warm. Das liegt an ihren Charm. Oder an ihren Charmhaaren. Ich darf mich dran klagen. Charmhaare? Spritze meine Haare. Äh. Äh. Und ich hab noch eine Frage. Äh. Frau Fox. Kannst du mir die Fresse kacken? Äh. Ja bitte. Äh. Ist alles okay? Kannst du? So, ich würde mich jetzt kurz alleine mit dem Herren hier unterhalten. Ja? So. Mit welchen Herren? Mit ihnen. Oh mein Gott. Mach mal die Klimmer nachher. Wenn du bist der Autor wird. Nein, 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 nein. Ziehen sie ihr Charmhaare. Ich sag sie. Ja, okay, okay. Ich sag sie. 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 Kommen sie. Wir gehen dann mal hier rein, ja? Und die Kollegen bleiben bitte hier draußen, okay? Ja. Okay. Dann ist der nächste dran, oder? Wollen wir raus scheiße machen? Ja. Lass gehen. Also. Ich hab noch eine andere Baddie. Lass gehen. Ey, Jungs. Ich will unbedingt ins Trip klauen, aber es ist nicht offen. Ritzong. Wie wurde es jetzt schon zweimal geschlagen von Frauen, Junge? Mann, die... Die waren... Die waren eh nicht. Ritzong. Wie findest du eigentlich mein Outfit? Guck mal, wenn ich so hier... Warte. Hm. Napier. Tweet mich wie mein Kind. Tief mich wie mein Kind. Hi, Jungs. Hi. Hi, Upper. Ritzong. Hey, hey. Ist gut? Ist gut, Alter? Trieb mich wie mein Kind. Hi, baby. Facky, gut? Mck, fucky. Mck, fucky. Ja, okay, Jungs. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt mal hin. Also Rizto's? Ach, du, hat ein bisschen Lust aus. Es läuft nicht gut, Jungs. Du bist Litzon. Die glauben ein bisschen zu viel. Du bist Lissop. Ja, Lissop. Lissop. Die glauben ein bisschen zu viel. Die Funden Elevate, mein Messi. Hey, komm mal, ich zieh dich um, wenn du willst. Ich zieh dir was cooles an. Weil mit... Erstens, mit Trikot. Dann diese komische Hose von Elevate. Was ist das? Ja, ja, ja. Warte mal, warte mal. Hallo? Kennst du schon Litzon? Ah, Amelie! Natürlich kenne ich ihn. Das ist Amelie? Bonjour. Amelie. Wer ist Amelie? Bist du bereit für den schlampen Aufriss? Also so süß auf deines Lebens? Ja, ich bin unten beim MD. Okay, ich fahre gleich los. Was soll ich zu dir sagen? Ich mach eine wirkliche Show. Was soll ich sagen? Äh, Baby am besten. Okay, aber so, ich, äh, hab so, bin der... Ja, du bist die! Ja! Okay. Das ist ein big, genau! Ich bin halt jetzt außer Dienstag. Ey, Jungs, meine Bae-Di kommt. Oh mein Gott, wir können jetzt auf ein Date gehen! Wer geht auf meinen? Oh, das ist die, wo du gerade meintest, das ist dein Bae, wo du oben gesagt hast, mein Bae wartet unten. Ja! Das ist die? Die wartet auf dich, oder was? Ja, das hat gewartet, bis es vorbei ist mit dem Dienstag. Ich hier, Riztos, Riztos. Nein, nein, das hat gefragt. Oh, Riztos, irgendwie, das ist gar nichts. Nein, 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 chill, chill. Hey, Amelie, wie heißt du? Diana? Diana? Ja, ich bin ich. Ich dachte, Emily. Nein, Emily kommt jetzt, meine Bae-Di. Achso. Bae-Di, aber wir haben doch hier auch einen Bae-Di. Yay, wir Bae-Di, du. Die Bae-Di, die wir gestern retten mussten? Nein, nein, nein. Riztos! Okay. Ey, Toni. Hallo, ich dachte, das ist deine Frau. Toni, komm mal, komm mal. Warte mal, willst du jetzt schon aufgeben? Hä? Ey, wartet noch. Ich muss dir kurz sagen, sie ist bezaubernd aus Außer-Dienst. Danke, sie ist auch wirklich sehr gut aus. Danke dir. In Uniform ist es aber auch sexy. Ja, meinst du? Ja, das ist ein Tats nicht zu Israel. Ja, das ist toll. Kommも. Okay? Oh, da, da kommt meine Manny. Es passt. Oh, da bist du, Emily. Waaaa! Bitt. Ja, das ist es. Was mein? Was mein? Das ist gut. Oh mein Gott! Was geht ab, Amelie? Oh mein Gott! Das ist Amelie! Oh nein! Das ist Amelie mit Big Boon da! Naja, das ist meine Amelie, man. Das ist deine Perle? Hallo, Mädchen! Hallo! Ich versuche jetzt erotisch zu sprechen, ok? Oh ja, ok. Oh nein, Maude, du parles Francais? Ja, mein Amour. Oh, du parles Francais? Mein Ansicht. Oh, wie soll ich das tun? Ja, was soll ich jetzt tun? Schhhhh! Wie geht's dir, Amelie? Mir geht's gut, wie geht's dir, Baby? Oh Baby? Hab ich's gehört? Hast du Miss Baby genannt oder ihn? Yo! Warte, für wen? Also, ich bin sein Baby, weißt du? Tut mir leid. Von Susser? Der quatscht dich grad an, Mann. Sorry, hörst du mich? Ey, yo, wer macht mir den Baddy an, Mann? Verdammte Scheiß, bevor ich dich strap in dein Konto, und mal ein paar weiter, verdammte Kacke, Mann. Das ist dein gefälschten Rawrider, Mann. Verzieh dich, bevor ich... Verpiss dich, Mann! Okay, okay, yo. Ey, Susser, Susser, er wollte deine Perle. Kriegt er nicht. Scheiße, Mann. Warte mal, also Susser, ihr kennt euch? Natürlich, gehen wir uns. Yo, LeBron James, was ist los mit dir, ja? Wie, was ist los mit mir? Verzieh dich, Mann. Ist das Lil TJ? Warum denn? Ey, Holmes, Mann. Ich schieße gleich in die Fresse, Mann. Ich schieße gleich in die Fresse, Mann. Ey, Jungs, 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 Jungs. Ja, Jungs, 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 Jungs. Ja, Jungs, 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 Jungs. Ja, jetzt kommen die Big Straps, Mann. Verzieht euch, verdammte Kacke. Okay, Mann, okay, yo. Scheiße. Hau noch bei, bei mehr Sücken, Mann. Ich schütze dich, Mann. Ich schütze dich, Mann. Ich schütze dich. Verzieht euch mal, Mann. Wie heißt du denn? Ich heiße Rizdoss. Riz? Rizdoss. Rizdoss Rodos. Ist mein Name. Warte, kennst du aus mein Sosa, Baby? Auf keinen Fall. Wir kennen uns schon lange aus Dortmund. Aber ist das wirklich dein Baby? Immer natürlich. Warte mal, der schreckt mir ein bisschen zu laut. Yo, mein Mann. Weißt du was, er kriegt was? Warte, ich geh kurz zu Toni. Weißt du was? Ich hab sogar was schnappen ihm dabei, ja? Und, war gut? War sehr gut, war sehr gut. Für wen machen wir das? Für den Messi-Typ? Ja, und für den, für den anderen Typen. Diesen Toni. Toni? Okay. Ich dachte, für eine Frau. Nein, Mann. Wo warst du noch damals? Musikvideo? Ich hab das für ihn gesagt, weil er vorbei gegangen ist. Aber da hatte ich das auch an. Ja, das stimmt. Und, wie geht's dir? Was machst du jetzt hier so? Wir brauchen ein Herz. Wir brauchen nur ein bisschen Geld. Wir haben gar nichts gemacht. Messi? Was denn? Ich sag doch, Mann. Ich sag doch. Ja, aber die Shawnee steht auch drauf, Mann. Die Shawnee steht auch drauf. Ich sag doch. Ich sag doch. Oh, Mann. Das Feinste vom Feinsten. Das wär ihr Jocki nicht. Lusse. Hm. Guck mal kurz mit. Hi, sind sie ihr Arzt? Lusse, ist das deine Chaya? Ja. Ja, was geht ab, Toni. Okay, okay. Ja, das ist krass. Einer vom Paar, Mann. Ich hab den Ar... Der ist echt in mein Auto reingelaufen. Komm, Fretti mal rein. Okay, Mann, okay. Ich fahr weg. Alles gut. Die Reifen sehen wieder stabil aus. Kannst du auf jeden Fall nicht fahren. Ähm, Emily. Ähm, Emily, mon amour. Ja, Toni, Sosse, was machen wir? Ich muss noch einmal einen Blick drauf werfen, ja? Oh, shit. Was ein Trottel, ey. Toni, Sosse, lass was machen. Oder gehst du mit, äh, deine Chaya-Sosse. Emily, mon amour. Ja, lass sie mitnehmen. Aber... Kommt der Junge hier mit? Ja, ich... ich hoffe mal, ja. Wir haben leider nur vier Türen, Mann. Ja. Ach so, ach so, okay. Bist du ja... Bro. Bist du ja... Ja, Bro. Wir haben Freunde, Bro. Ja. Sie sind Freunde. Ja, sie sind Freunde. Du kommst mit, wenn sie sich mit einem Typen trifft. Nein, dann... Das ist nicht das. Das ist nicht das. Das ist nicht das. Äh... Äh... Er ist nicht das. Äh... Er ist nicht das. Äh... Er ist das. Freut mich, ich geh nicht zu lange. Du musst bisschen lauter sein. Ich auch, mich auch. Ach so, sorry. Das ist deine erste Insel. Ähm... Zweite. Aber ich war, äh, lange weg. Hm. Freut mich. Zweite, freut mich auch. Ähm... Ja, okay. Dann lass was machen. Okay, ich will Leute. Komm. Boris. Hä? Ja, aber was? Norwürdiger. Okay. Okay. Will jemand einsteigen? Hallo. Wollen wir einsteigen? Die meinte, komm ich in meine Bar. Komm mal jetzt rein hier raus. W-wollen wir da hin? Norbert. Ey, Norbert hat jeden Tag Trump. Hey, 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 hey. Norbert, gib mir mal deine Nummer. Ich sag deine Nummer gar nicht. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ey, Sosa bitte, mein Schimmel. Sosa? Alles gut. Sosa bitte, mein Schimmel. Nein, nein, nein. Sosa, bitte, mein Schimmel. Nein, nein, nein. Sosa, die muss hier echt aufpassen. Okay? Entschuldigung, warum machen Sie ein Foto davon? Wovon? Oder machen Sie eingebildete Selfies? Natürlich. Oh, das ist ja ekelhaft. Tja, ich sag nichts dazu. Ich bin neutral. Ey, Holmes, Mann. Hör mal auf. Ich fack die Jungs. Okay? Was denn? Sind da auch Frauen? Wo? Ja, klar. Ey, Jungs, Norbert hat uns nur Babys, der hat den Tisch geholt. Wo? Ach so. In der Bar. Ey, steig in mein Auto ein. Können wir sie mitnehmen, pinke Haare? Ich bin im Funk. Amelie, komm mit. Hey, Amelie, komm mit mit uns. Ja. Komm mit. Weg vorne ein, bei mir. Pony, steig ein. Sag mal Standort, äh, Norbert. Norbert, hast du eine Adresse? Ah, I'm Tony, Tony, Tony. Yeah, what's yours? Es ist Tony, Mann. Norbert, hast du eine Adresse? Hey, das ist Tony, Mann. Ja, ich bin nicht schlau genug, weißt du. Was? So, jetzt, also, jetzt, demnächst, so. Jetzt. Ja, okay, dann fahren wir hin jetzt. Ich wusste mich. Schatz, okay. Mach mal! Tony, 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 super bin, man ja. Du nouveau? Ja, ja. Sonst habe ich eine Adresse? Ich habe eine Adresse bekommen, Mann. Du kannst es nicht sagen. Ich habe eine Adresse für meine Adresse. Das ist meine Adresse. Ja, ja. Ja, oder. Tauch hat gestutzt. Ja, ja. Der war für den Dresden. Ja, ja, ja. Der war für den Dresden, Mann. Ja, ja. Von Drenche zu, der Dresden. Hey, das ist mein Hund. Warte. Nein. Tony Chibbysen. Oh? Ich muss nicht passen. Haben wir noch was? Hast du passen? Nein, ich habe verloren. Das ist schwarz. Ah, hier ist Emily Oktrin. Ja, bin ich. Emily ist mit mir hinten. Sie ist mit mir hinten, Tony. Wo bin ich? Nein, sie ist vorne. Vorne bei mir, man. Oh, guck mal, diese Aussicht. Emily, weißt du überhaupt, wie es heißt? Sie haben sich gar nicht vorgestellt. Tony, wir kennen uns doch. Woher kennen wir uns? Von damals, von Dortmund. Emily? Wir haben uns auch gestern getroffen. Du bist die Emily? Natürlich. Was ist mit dir passiert? Gertz! Ich habe Brasilien-Badlift gemacht. Ehrlich? Ja, hat weh getan. Das sieht wundervoll aus. Dankeschön. Und wie, der ist dein Bay? Mhm. Oh, fuck. So, Sir. Ja. Ist der jetzt Mr. St. Your Girl oder was? Wie, was? Es war immer an sie verschossen, muss ich sagen. So bei dem Platz damals. Echt? Ja. Naja. Egal. Ich werde jetzt hier keinen Fass aufmachen. Ich lebe meinen Trauern weiter einfach. Ist okay. Ruf mal Norbert an. Warte. Warum bist du so ruhig? Bist du schüchtern? Wo ist das? Du hast eine Frau mit Flügeln. Hallo? Wo bist du? Ja, ich auch. Ich glaube, er ist schüchtern. Er ist schüchtern. Hallo? Jungs von Berlin, komm mal mit. Ja, jetzt, jetzt. Warum bist du so ruhig? Boah. Ich hatte kurz in Gedanken. Ich musste kurz Kopfschmerzen. Okay, okay. Sorry. Amelie, geh du vor. Amelie? Sosa. Wie wäre es, wenn wir beide uns Amelie teilen? Warte mal. Tony, Tony, Tony. Ich glaube, sie hat genug Ass für beide, weißt du? Entschuldige. Das ist doch nichts Schlimmes. Wir sind Brüder, man. Oder? Sosa? Amelie, ich glaube, die wollen nicht verarschen. Ich glaube auch. Ah, die wollen nicht verarschen. Sie wollen nicht verarschen? Sehen so aus, als würde ich was mit zwei Männern gleichzeitig haben. Natürlich nicht, Mann. Das ist meine ich. Nur ein inneres Verhältnis. Auf keinen Fall. Sollste gewiss noch sehen, das werde ich geklaut. Soll ich dich tragen? Nein, geht schon. Warte, komm mal her. Warte, komm mal her. Komm her. Was macht man mal? So. Ach so. Warte, mir zum Eingang. Ach, keine Ahnung. Ist doch nicht so groß der Arsch. Nein, der ist perfekt. Du hast gar nichts geknackt. Schick dich dann durch. Du hast gar nichts geknackt. Schick dich dann durch. Das würde das Leben gerne vorbeilaufen. Ja? Ja. Oh mein Gott. Bitte schön, einmal vorbeigehen. Ja schon, die Musik ist gut. Kannst du nicht so gut gucken? 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 Wie heißt du? Äh, Ristos Rodos. Einmal vorbei, bitte. Danke schön. Wie heißt du? Wie heißt du? Big Sousa 32,75 cm. Bitte schön. Gehen sie vorbei. Wie heißt die sexy lady? Ah, war nicht. Hallo? Hallo, guten Tag. Wie heißen sie? Eins, zwei, drei. Ich würde gerne hier reingehen. Nein. Okay, und der andere? Der andere? Der andere? Ich soll die Pflassen. Ich soll die Pflassen. nicht umgehauen. Dussel, wir müssen Chai auszuholen. Ich hab meine Chai. Achso? Lass es euch schmecken. Hey, Mary. Hast du Lust, dich vielleicht zu uns zu setzen? Mein Lieber, ich muss arbeiten. Ich hab keine Zeit dafür. Naja, es ist ja grad nicht so viel los, oder? Ja, ich mein... Ich wollte ja eigentlich... Ich hab mal... Also, ich wollte ein bisschen... Ich kann... Ich kann eine Tequila mit dir trinken. So ist das nicht... Aber die ganze Zeit mit dir ich aufhalten leider nicht. Okay. Das ist okay. Okay, dann... Bring ich dir eine Tequila. Für mich auch. So, so macht man das. Ähm... Sorry? Ja, bitte. Wie ist der Name? Mary. Mary, okay. Ich bin rüstlos. Ähm... Und... Smog auch mal ausmachen! Nee, geht nicht. Oh, yeah. Die Party, Brüder. Ey, warte! Äh... Mary? Macht hier jemand Stress? Scheiße. Das... Ich kann mir das nicht... Das kann ich nicht machen, also... Ja. Hier Malokko, lass mich mal durch hier. Ich komm nicht vorbei hier. Meine Flüge sind so fett. Das ist so... Das könnt ihr nicht knackt, ja? Oh, ey. Du hast Geld verloren. Hey, hey, hey! Was macht ihr da, Mann? Ah, sorry, sorry, sorry. Was macht ihr da, Mann? Oh, Junge, Romy. Danke. Oh, ja, so ist besser. Bleib so. Hey, hey, hey. Alles gut, alles gut. Warum geht ihr alle auf den Arsch? Meine... Wer ist das? Bro, die hatten fucking... Wie heißt die? Batsi, Batsi. Was lief. Ja. Wie ist dein Name? Du, das guck man da auf. Ja, wen? Hä? Du hast doch eine Freundin, Sosa. Nein. So, ich dachte, das ist... Rose, verkauft sofort. So, kaufst du an mir? Nein, ich bin mit Rose. Rose, sofort weg. Ich dachte... Was? Rose ist deine Freundin, Sosa. Nein, Mann. Was lasst du denn? Scheiße. Hä? So, ich dachte, das ist Rose. Aber wenn das nur One-Night-Zint ist, dann tut es mir leid, ich sage, mach es halt kurz, aber... Ich weiß nicht, wenn das so cool ist wie Rose, ob ihr. Hey, Bruce Norbert. Kevin? Ja? Norbert ist bestimmt Risen. Ja? Guten Abend. Also... Das läuft schon sehr lange mit uns. Das weiß noch keiner. Okay, dann ist Rose Single. Dann ist Rose Single, das ist gut. Hä? Zwei Stück, also... Marion nicht. Hey! Finguin, du hast mich angerufen vorhin. Was war los? Hallo? Ja? Nein, aber auf, sonst hab ich doch Stress bestimmt mit Rose, oder? Oh, fuck. Ey, Kevin, komm mal her. Ja. Cooles Selfie mit. Mann, die ist nur dafür der, damit die so denken... Wir machen... Weißt du, damit die denken... Weißt du, damit die denken... Weißt du, damit die... Weißt du, damit die... Das ist gut, man. Oh, fuck. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wer einen dickeren Arsch hat? Wer einen dickeren Arsch hat? Warte, komm mal her. Wer meine, Alter, wer sonst... Nee, du musst ein bisschen essen, Mann! Amelie! Hey, loko, Alter! Amelie, mehr Squads, Alter. Mehr Gewicht auf dich, Daniel. Ja, ja. Bist du auf die Hüfte legen, bitte? Wer bist du, die nette Dame? Wie bitte? Wer bist du? Äh, ich bin Amelie. Und weniger, auf weniger im Bett liegen. Das ist Amelie. Ich heiße auch Amelie. Hä? Wie? Beide dicker Arsch und beide Amelie. Wow, was für ein Zufall. Und selber Haare. Das ist sehr, sehr geil. Ja, ja, nur andere Farbe. Ah, super. Wir haben halt alle Geschmacks. Hallo, was ist das denn? Hey, das ist... Oh mein Gott. Wie ist das, Alter? Einer ist weg. Okay. Sollten wir ihnen vielleicht helfen? Ich glaube, das ist doch... Ich weiß nicht, was ist das? Ich weiß nicht, was ist das? Äh, der ist mit Mr. Bitcoin unterwegs gewesen. Ja. Oh. Soll ich ein Stabby? Mr. Bitcoin! Ja, ich glaube, wäre besser. Soos hat ihr Freund umgekarrt. Ist doch mit mir. Ich geh raus. Wieso sind sie so viele Leute? Weil die... Wer ist der mit der Traube? Ich habe keine Ahnung. Ah, wer muss... Wieso kriegst du mich? Ich bin gleich der erste... Ich sag dir was cooles. 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 Nein, das ist keine Scheiße. Nein, das ist keine Scheiße. Norbert darfst du nicht so mit reden. Tony, ich mag Norbert. Ja. Ich sag dir was cooles. Ja, was kann ich jedes Mal von einem Haufen mir was so viel umgeben sein. Weiß ich nicht. Ich zieh das irgendwie her ned. Ja. Du hast was mit deinen Kalikans. Ja. Findest du das lustig Norbert? Möchtest du mutten? Ich kannst dich nicht verschwinden lassen Norbert. Barbara du hast gelacht. Nein ich habe... Aber du hast gelacht. Tony hat gelacht. Ich hab' gar nicht gelacht. Es hat dich nicht gekitzelt. Wie gesagt, macht ihr was ihr wollt, aber macht keine Scheiße, dieser Klopp steht unter meinem Schutzziel. Alles klar, machen wir gleich 50-50, okay. Nein, wir machen es nicht. Wir machen es nicht. Wir machen es nicht. Hey! Was ist denn hier auf einmal los? Hey, Norbert! Hey, hallo, Herr. Hey, ich kann nicht, ich kann schon die Fesseln wegnehmen. Wie heißt du? Äh, klar, Cem. Wer will's wissen? Wie heißt du? Wer will's wissen? Ähm, nein, nein, nein. Okay, und warum? Ich weiß, ich hab dich so gesehen und fand dich attraktiv eigentlich. Achso. Ja, Bratina. Hallo? Was? Bratina. Bratina? Du Hund? Aber ich hab ne Freundin, um mich anzubaggern. Vielleicht kenn ich dich was. Ja? Mr. Bitcoin. Ich fühl mich ein bisschen unwohl. Ja, oder? Wer hat an meinen Hintern gerochen, ich weiß es nicht. Wer ist das? Hallo, Chicas. Ey, yo, warte mal. Ey, Bitcoin. Sind Masken in deinem Club erlauben? Nein, sind es nicht. Hier, dann sag dir mal, der soll seine Maske ausziehen. Ja, ich hör dich mal an. Hey. Das ist Sergen von den OGs. Sergen Einhorn, oder? Sergen? Doch, doch. Ja, genau der ist Sergen. Einhorn? Ja, richtig. Sergen. Geh mal von dem Arsch meiner Freundin weg, Loco, man. Ey, was? Warum ist der so groß, Mann? Oh, oh. Oh, oh. Hast du den Arsch, Mann? Ja, sehr gut. Also, sehr gut. Du bist... Ist das für ein Bubble-Bett? Nein, das ist ein Bombos, ne? Hast du ein Problem damit, oder was? Was? Ja, warum bist du eigentlich so riesig? Ja, ich bin echt krass. Ja, ich bin echt krass. Hä? Ja, Karsten, warum wartest du nicht? Boah, Alter. Du bist echt krass. Ich bin gerade Takeda da. Ey, Mann, das sieht gar nicht gut aus, wenn du so groß bist. Oh, oh, oh. Hier ist voll viel los, Bruder. Alter Schwede, Mann. Du bist echt aus dem Bastard. Ja, du hast dich krass, Mann. Du bist noch hässlicher geworden. Das ist Crackstone. Ich trage die Minimum. Ich bin hässlicher geworden. Hey, 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 hey. Wer hat die geschafft? Exaust am 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 Exaust. Wieso, Merda? Wieso, Merda? Wieso? Da schießt ihr die ganze Zeit. Wieso schießt du in meinem Laden? Achtung, Achtung, Meryl ist süß hier. In diesem Laden von Meryl, den ich beschätze. Soll ich in eine reinhauen oder nicht? Nein, Merda, John Cutten. Was ist hier vorgefallen? Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh. Also, strategie, ne Partie, aber... Oh, mein Gott. Ja. Zyck. Das ist keine Polizei, Merda. Mach schon. Töne Aufhabe. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hier, Polizei. Wo ist Pinguin? Was wollt ihr von Pinguin machen? Wo ist Pinguin? Der hat eine Knarre dabei. Der hat mich umgelegt. Wir haben wieder aus dem Stripclub Gamescom gemacht. Wer denn sonst? Du bist richtig groß. Ja, oder? Warum sind nicht alle Männer so groß? Ich bin halt nur ich. Hm. Krass. Wollen wir uns küssen? Yo, wir haben hier eine Snitch, wir haben hier eine Snitch. Ich sag dir ehrlich, ähm... Ich wollte dich schon immer küssen, aber du bist mit Rose, also kann ich's nicht tun. Ich bin nicht mit Rose. Doch. Sie will nichts von mir. Doch. Ich weiß es. Warum? Naja, weil ich auch mit dir oft rede. Ja, aber wir behalten das unter uns, okay? Nein, das kann ich nicht machen. Und wir behalten das... Sie ist meine Freundin. Ja, aber... Das mach ich nicht. Ja, aber so unter uns, unter uns. Also so... Ähm... Wie soll ich das sagen? Nein. Aber stell dir mal vor, du hättest... Also du hast ja eine Freundin. Und sie... Nein, ich bin nicht mit ihr zusammen. Nein, das können wir nicht machen. Mhm. 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 Ich würde gerne, aber es geht nicht. So Freundschaft Plus? Mhm. Das ist nichts für mich. Einmal in der Woche nur? Mhm. 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 Ja, natürlich. Nein, Spaß. Sie können einfach durch. Sie können durch. Äh, aber ganz kurz, haben wir... Moment mal, ich muss sie kurz durchsuchen. Ist das okay für sie? Komm durch, wir waren eh schon drin. Ja, ja, alles gut, alles gut. Geht rein. Ja, Moment, Moment. Ach, wissen Sie, was gehen Sie rein? Genau. Warte mal, ja, das stimmt. Ey, hol mal diesen Pendejo wieder rein. Sag ihm, also ich bin eh, aber er kann nicht rein. Ja, sag ihm, er kann rein von mir. Yeah, genau. Mhm. Ja, wir können dann 50-50 von Schutzgeld machen einfach. Wie gesagt. Ja. 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 Okay. Ich denke, du solltest, ähm, lieber schauen, dass du dich ein bisschen entspannst, bevor du Schutzgeld nehmen willst. Du hast eingeschnappt, du nur erst nach Hause. Mach den Laden voll. Okay. Mit Frauen. Bicke, Asse, überall. Äh, ich kann das bezeugen, bitte. Ich kann das bezeugen. Und außerdem habe ich hier Ritzon und Norbert. Die helfen mir. Ich kann ihm helfen. Ja, ich bin Norbert. Ja, auf jeden Fall. Und wer sollst du sein? Alles, was Tony sagt. Norbert, du hast doch bei jeder Kleinigkeit die Polizia gerufen. Oh, was? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also das letzte Mal, als ich Norbert gesehen habe, hat er Bicke Sosa an die Polizia verraten. Nein, das ist gar nicht so passiert, Bicke Sosa. Das war nicht so. Das war genauso. Nein. Hast du Bicke Sosa verraten? Nein, ich würde das niemals machen. Ich dachte, wir sind eine Familie, Norbert. Oh. Du hast ihn doch selber gestern verraten. Äh, ja. Ja. Aber wir sind auch Kumpels. Wir machen das immer. Ja. Wir sind schneller. Wir sind Kumpels. Ja. Wir sind Brüder, Norbert. Ja, genau. Wir sind Brüder, Norbert. Mach den Arsch weg, Mann. Das ist meine Baddie. Hm. I bet. Nein, ist nicht an. Aber ist das dein Freund oder wie? Ja, vielleicht. Ne, ich nicht. Ah, ist auch. Ah, okay. Ich denkst du, warum ich... Ich denkst du, warum ich... Ich hab nur nochmal mit dir geredet. Sicher? Hm. Die Leute gehen schon. Ihr müsst Musik anmachen. Okay. Besser ist es, Mann. Ja, komm. Ja, Mann. Big Saucer. Was gehen alle, oder was? Karsten! Sabrina! Sabrina, sag du, ja. Da hat man schon in der Hand. Karsten! Mach an! Einfach mach! Und jetzt Afterparty bei dir bei Billardladen, oder? Warum bist du so groß? Sabrina! Barry! Weil ich so groß bin! Weil ich groß bin, Mann. Weil ich so groß bin, Mann. NBA-Spieler, ne? Freunde, komm! Wir gehen alle zum Billardladen. Beste Gladen. Warum wollt ihr denn jetzt wegkommen? Habt ihr jetzt alle den Lagen jetzt hier gefickt, oder was? Und wir habt ihr ab? Beste nie! Ja. Du bist im Auto. Warte, ich jetzt zum Medi. Okay, Amelie. Ja, bitte? Ich glaub, ich geh jetzt eh schlafen. Wollen wir uns küssen, bevor wir früh schlafen gehen? Wollen wir ein Deal machen? Mhm. Wenn du das nächste Mal Single bist, ehrlich Single, komm sofort zu mir. Was? 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 Was machen wir dann? Du meinst, wir picknicken, richtig? Ja, genau. Gut, wir picknicken. Ähm. Und Kuss. Okay. Ist das der Deal? Das ist der Deal. Okay. Okay, hier. Hier, warte. Hier, warte. Äh. Hier, warte. Warte, warte. Picknicken! Hier. Aber nicht mal so ein guter Nachtkuss. Wenn du Single bist, kannst du so viele haben, wie du möchtest. Okay. Okay, Baby. Okay, ich geh dann jetzt schlafen, ja? Alles klar, schlafen. Warte, 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 warte. Kannst du dich noch einmal umdrehen? Oh, warte, mir ist was runtergefallen. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott. Ach so, da ist es wieder fertig. Äh, du kannst deine Hose anlassen. Ich hab mich stelfen. Ich hab mich stelfen. Warte, zieh nochmal die Hose aus. Ähm. Ja. Sag mal. Warte. Ist du auf Stelzen? Nein. Warte. Aber was? Ich geh, ich geh jetzt schlafen, ja. Gute Nacht. Rohath. Ich liebe dich. Warte, warte, warte. Bleib mal bitte einmal stehen. Warte, warte, warte. Genauso stehen bleiben Genauso stehen bleiben, warte Okay Okay, Baby Ja, bitte Wir sehen uns Alles klar, au revoir Wenn du noch länger stehen Bleibst, wird es unangenehm Ich kann nicht aufhören, aber Ich laufe jetzt einfach ganz langsam weg Okay Okay Hey, was, hey Was hast du da gemacht, Mann Ich wollte gucken, ob da was zu essen ist, Mann Ich habe echt Hunger Was? Ich wollte gucken, ob da was zu essen ist, Mann Ich habe richtig Hunger Ja, okay Hast du was? Willst du essen? Ja, mit Trinken auch Ja, ich kann dir geben Wir wissen deine Nummer Äh, 12, 6, 2 Ey, wo kann ich eigentlich Trinken kaufen? Bei welchen Laden? Automaten und sowas Ich werde dich verraten bei Emily Da bist du Du, Harry Bist du Bist du Bist du Bist du Bist du Ich krieg diesen Jungen Der gehört mir Noch mal ruhig, ich habe dich nicht gehört, Alter Nee Nee, kann ich dann Du bist von Jamblisch geklaut Das ist nicht der gleiche Hä? Oh ja Schnauze, sehr gesendet, sehr ruhig Seng Okay, Chat Das war es auch für mich heute Ich werde offline gehen Ähm Es war heute ein WWW-Stream Sydney macht ja noch weiter Äh, ich raide auch rüber zu Sydney Ich danke euch für den Stream Ich danke an jeden, der am Start war Nimmt am Raid teil Für Sydney Ähm Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht AP War sehr, sehr cool War sehr, sehr lustig Äh, geht rüber zu dem Bruder Sydney Lasst bei dem Bro Liebe da Äh Yes Äh, ja, danke für den Stream Danke euch für die ganzen Subs War wirklich ein sehr, 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 sehr cooler Stream Wir sehen uns morgen wieder Wahrscheinlich machen wir da TikToks oder Sonstiges Aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht AP macht mir in letzter Zeit auch wieder sehr, sehr viel Spaß Ähm Yes Ich danke euch für die ganzen Follows Kuss, wir sehen uns Haut da rein, Chat Ich danke euch für die ganze Zeit Ich danke euch für die ganze Zeit Ich danke euch für die ganze Zeit Bis zum nächsten Mal.